Hey und hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder zu einem weiteren Luminar Neo Tutorial einschaltet. Mein Name ist Björn und heute gibt es das nächste Tutorial aus der Luminar Neo Tool Time Reihe. Und zwar geht es diesmal in die Professional Filter. Und zwar kommen wir heute zum Superkontrast. Ich hoffe, das Video ist wieder interessant gestaltet und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Das Werkzeug Superkontrast, das befindet sich in der Rubrik der Professionals. Die finden wir ganz am Ende von unserer Filterleiste. Hier unten, das sind die grün bis türkis markierten Filter. Das sind die Professionals. Hier ist es gleich der erste Filter, der Superkontrast. Was können wir mit dem Superkontrast machen? Nun, wir haben die Möglichkeit, wenn ich den Filter mal aufmache, ihr seht, es sind sechs Einstellregler. Drei, die können wir bewegen und drei, die sind ausgegraut. Die sind immer in Abhängigkeit zum darüber liegenden Einstellregler. Zurück, was können wir damit machen? Wir haben die Möglichkeit, den Kontrast in den Lichtern, in den Mitteltönen und in den Schatten getrennt voneinander anzupassen. Hier ist das ein bisschen schlecht gelöst, weil hier steht Kontrast hervorheben. Hier geht es tatsächlich um den Kontrast in den Lichtern. Das hier sind die Mitteltöne, versteht sich von selbst und hier unten haben wir die Schatten. Welche Funktionen haben jetzt die Einstellregler, die aktuell noch ausgegraut sind? Nun, wenn wir mal gucken, wie sie heißen. Balance hervorheben, Mitteltönebalance und Schattenbalance. Wobei wir hier immer darüber nachdenken müssen, das bezieht sich auf die Lichter. Also hier geht es tatsächlich um den Kontrast in den Lichtern. Wir haben die Möglichkeit, die Balance zwischen den Lichtern und den Schatten zu bestimmen. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung ich den Einstellregler ziehe, wenn er nicht mehr ausgegraut ist, kann ich sagen, ich möchte mehr von den dunklen Bereichen aufhellen oder aber ich möchte mehr von den hellen Teilen abdunkeln. Und so habe ich die Möglichkeit, tatsächlich wirklich jeden Bereich im Bild separat anzupassen. Die Lichter, die Schatten und natürlich auch die Mitteltöne. Gucken wir uns das Ganze mal in diesem Beispiel an. Ich habe hier ein Bild rausgesucht, was ich aufgenommen habe bei einer sehr nebligen Stimmung. Wir haben hier ein sehr kontrastreiches Bild und ich finde, hier können wir tatsächlich noch so ein bisschen was machen. Jetzt mache ich einfach mal als erstes den Kontrast hervorheben. Also der, der sich auf die Lichter bezieht und ziehe diesen Wert mal nach ganz oben. Und ihr seht schon, ich kann hier in den Lichtern den Kontrast hervorheben. Aktuell bekommen wir dadurch natürlich auch noch ein bisschen mehr Sättigung ins Bild. Und jetzt sehen wir, ist der Balance-Regler, also der zweite Einstellregler, der eben noch ausgegraut war, aktiv. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Balance nach links bewegen. Und dadurch werden mehr von den dunklen Bereichen aufgehellt. Oder aber, ich kann das Ganze umgedreht machen, dann werden von den Lichtern mehr Bereiche abgedunkelt. Ich würde tatsächlich sagen, hier können wir das Ganze abdunkeln. Wir wollen ja hier diese schöne Nebelstimmung mit diesen schönen warmen Farben hier hervorheben. Dann habe ich die Mitteltöne mit den Mitteltönen. Auch hier gucken wir mal, wenn ich das Ganze hochziehe. Auch hier sieht man, wie sich die Mitteltöne dann deutlich wärmer gestalten. Hier würde ich das Ganze nicht ganz so hochziehen. Und auch hier habe ich wieder über die Mitteltöne, über die Balance der Mitteltöne, die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze mehr aufhellen. Also, dass die dunkleren Bereiche aufgehellt werden. Dann muss ich den Einstellregler nach links ziehen. Oder aber, ich möchte, dass von den hellen Bereichen mehr abgedunkelt wird. Und dann ziehe ich den Einstellregler nach rechts. Auch hier würde ich eher sagen, wir machen das Ganze etwas dunkler. Also, die Mitteltöne lassen wir auf diesem Wert stehen und ziehen die Balance weiter nach rechts. Dadurch wird mehr von den hellen Bereichen abgedunkelt. Und ich finde, das gibt eine sehr, sehr schöne, warme, neblige Stimmung. Wir gucken uns mal das Vorher-Nachher an. Vorher. Nachher. Finde ich, ist schon ein gehöriger Unterschied. Und dasselbe habe ich jetzt nochmal mit den Schatten. Ich kann also auch die dunklen Bereiche jetzt nochmal anpassen. Auch hier gucken wir mal, wenn ich den Einstellregler hochziehe. Hier ist das standardmäßig erstmal so eingestellt. Wenn ich den Kontrast verstärke, dann werden die Schatten etwas aufgehellt. Man sieht hier allerdings auch, dass wir vorsichtig damit umgehen müssen, weil hier verliere ich Bildinformationen und das Gras sieht wirklich nicht mehr schön aus. Also ziehen wir das Ganze hier zurück. Lassen den Wert auch eher in dem Bereich stehen. Und haben jetzt noch die Möglichkeit, auch hier wieder zu sagen, ich möchte nach links die Balance bewegen. Dann helle ich die Schatten weiter auf. Also die dunklen Bereiche in den Schatten werden dann nochmal aufgehellt. Ziehe ich das Ganze nach rechts. Dann werden die hellen Bereiche in den Schatten noch weiter abgedunkelt. Hier können wir tatsächlich sagen, ziehen wir das Ganze ebenfalls nach rechts. Aber hier würde ich auch sagen, können wir das Ganze etwas weniger stark anpassen. Jetzt können wir nochmal gucken. Vorher und nachher. Und die Stimmung dieses Bildes, finde ich, sieht jetzt wirklich richtig, richtig schön aus. Jetzt müsste man überlegen, ob man vielleicht sagt, okay, wir schneiden hier unten den Teil so ein bisschen raus. Aber wir können das jetzt hier auch erstmal in dem Falle so lassen. Und ihr seht auch, wenn wir mal in die Änderungen gehen, jetzt haben wir den Superkontrast hier drin. Das habe ich jetzt also eingestellt. Der Rohrentwickeln-Filter wurde noch nicht benutzt. Superkontrast und genauso rauschfrei. Das ist alles noch in seiner Standardeinstellung. Da ist noch nichts passiert. Wir haben jetzt nur den Superkontrast angepasst und haben aus diesem Bild, was vorher schön aussah, aber eben noch nicht so wirklich richtig gut, haben wir sowas gemacht. Und hier sieht man die Sonnenstrahlen, die durch das Bild, durch den Nebel durchscheinen. Und ich finde, das hat jetzt was. Und dafür haben wir jetzt nur diesen einen Einstellregler, den Superkontrast, gebraucht. Schauen wir uns nochmal ein weiteres Bild an. Hier haben wir eine Winterlandschaft, beziehungsweise hier war es extrem kalt. Und wir sehen hier den ganzen Raureif an den Bäumen und auf der Wiese. Gehen wir runter zum Superkontrast und gucken mal, wie sich das Ganze jetzt hier verhält. Wir ziehen als erstes mal den Kontrast in den Lichtern hoch. Und ihr seht, dadurch wird in den Lichtern der Kontrast erst einmal etwas abgedunkelt. Wir bekommen wieder eine schöne, satte Farbe hier oben in den Himmel. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Balance zu bestimmen. Nach links hellen wir die Lichter weiter auf. Man sieht das hier in den Wolken ganz gut. Oder aber wir können die Lichter auch weiter abdunkeln. Dann sieht das Ganze so aus. Bei diesem Bild würde ich sagen, können wir die Lichter tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen mal aufhellen. Hier einen moderaten Wert irgendwie so bei minus 17, minus 20. Irgendwie sowas in dem Dreh. Dadurch werden die Wolken hier um so ein ganz kleines bisschen aufgehellt. Und auch das Weiß in den Bäumen kommt etwas stärker zur Geltung. Bei den Mitteltönen gucken wir uns das Ganze auch nochmal an. Ihr seht, auch hier werden die Mitteltöne erst einmal ein bisschen abgedunkelt. Wenn wir den Einstellregler hochziehen, auch hier gehen wir mal auf so einen mittleren Wert. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das nach links ziehen. Auch das bringt uns natürlich das Weiß in den Bäumen nochmal etwas stärker hervor. Auch hier würde ich sagen, können wir den Wert irgendwo in dem Bereich minus 20, minus 25 stehen lassen. Das sieht soweit meiner Meinung nach ganz gut aus. Auch jetzt gucke ich mir mal das Vorher-Nachher an. Vorher, ja, blassere Farben. Und das Weiß, ja, es ist da, man sieht es. Aber ich finde, so wirkt das Ganze nochmal eine ganze Ecke stärker. Kommen wir zu den Schatten. Ich denke, bei den Schatten wird sich jetzt hier deutlich mehr tun. Die können wir auch etwas höher ziehen. Hier nehmen wir mal so einen Wert, ja, um die 70 bis 80. Und jetzt können wir hier auch schauen, ob wir es noch heller gestalten oder gehen wir hier etwas dunkler. Dunkler gefällt mir in dem Falle nicht. Also ziehen wir den Einstellregler auch nach links. Lassen den Wert vielleicht mal so stehen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und ich finde, das können wir auch so stehen lassen. Auch hier nochmal vorher, nachher. Jetzt ist durch diese Anpassung des Schattens auch die Sonne, die hier von hier hinten auf diesem Baum scheint, nochmal besser zur Geltung gekommen. Das leuchtet jetzt hier in relativ warmen Farben. Und so muss ich sagen, vorher, nachher gefällt mir auch dieses Bild mit den Anpassungen im Superkontrast. Übrigens auch hier wieder der einzige Filter, der zum Einsatz gekommen ist. Entwickeln steht alles noch auf den Standardeinstellungen. Da ist noch nicht mal an der Optik irgendetwas passiert. Das ist das reine Bild mit dem Superkontrast. Ihr habt also gerade gesehen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Kontrast arbeiten kann. Hier haben wir ein Bild, das haben wir eher ein bisschen dunkler gestaltet. Und eben das Bild aus dem Winter, das haben wir etwas heller gestaltet. Und beide Versionen der Bilder sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Meine Frage, hast du mit dem Superkontrast schon mal gearbeitet? Das kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Möchtest du noch mehr von diesen Tutorials zu Lumina Neo sehen, dann kann ich dir meine Playlist Lumina Neo empfehlen. Die findest du in der Infobox, in der Videobeschreibung und natürlich auch in der Endcard. Da sind mittlerweile über 100 verschiedene Tutorials zum Thema Lumina Neo drin. Und da ist mit Sicherheit auch das ein oder andere interessante Tutorial für dich noch mit dabei. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst bei meinen anderen Videos auch mal vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut, euer Björn. Ciao. Ciao.